Es ist viel Ruhe, aber keine Angst, Alice, wir können dich von hier abhauen. Hast du das alles? Alice, kannst du sie antworten? In der Sinne kriegt wahrscheinlich Unterstützung. Anderweitig. Aua. Oh, der schmeißt was raus. Und ich habe jetzt einfach mal die nächste Kampagne gestartet. Und bin ich mich nicht getäuscht, dann war es doch gerade da die... Wie heißt er denn? Zoe? Aus Left 4 Dead 1? Kann das sein? Ja. Das ist dieser Teil des Spieles, wo sich Lab4D1 und Lab4D2 treffen. Überschneiden, genau, genau. Und da würde ich auch eventuell noch... Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal so die... Die Zweierteile. Okay. Also die Zweier... Wie heißt es denn? Kampagnen? Ja, die da. Oh, hier gibt es ja endlich mal Schusswaffen. Mit auch Zeit. Und im Anschluss können wir dann mal gucken. Du hast schon einen Schusswaffenhand. Ich? Ja, ja, eine Pistole hatte ich halt. Die hatte ich gar nicht. Ich habe die Axt genommen. Gerade eine Axt? Oh nein. Was? Willst du mich verarschen? Jetzt schon ein Tank? Jetzt! Wo ist er denn? Oh, ein Buber. Du musst den Buber leider mal kurz. Lass den Tank mal hier rauskommen. Ich sehe den Tank nicht. Jetzt brennt es mir irgendwas und der klettert irgendwas hoch gerade. Alter, so früh schon im Tank. Was soll denn der Kack? Oh, ich brenne. Okay, Tank wäre down. Tank ist down. So früh schon. Warum nicht? Auf. 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 Wir kommen nicht weiter. Ups. Pasi zerfetzt bei dir die Zombies. Nein. Die spawstet auf. Halt die Klappe. Gebt mir bitte mal gerade Schutz. Ich muss mein Spiel auf Priorität setzen. Oh, Charger. Nicht auf mich. Ja, ich hab auch. Hä, wo ist... Hä? Da. Da, da, da. Gib mir mal Schutz und wir lassen ihn dann jetzt mal voll verprügeln, weißt du? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich werde gerade gekillt. Kann das sein? Ja, ein bisschen. Ich würde mich mal kurz heilen derzeit. Äh, aber wo ist denn der Charger hin? Ah, den hab ich kaputt geschockt. Den hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich hör'n Smoker. Ja. Nicht. Ne, ich hör'n Jockey. Nicht. Sorry. Äh, da im Haus. Rechts. Naja, ich seh'n. Glaub ich nicht. Da war er drin. Hier, bei der LKW. LKW? Da war er. Na, wieder da. Ich hab'n Smoker jetzt gehört und wir sollten mal weitergehen. Ah, Jockey, Jockey. Ah, ich hab'n's ja schon. Okay. Übrigens, danke fürs Heilen. Ja, ja, ich dachte, wenn ich die schon so verprügeln lass' ... Wenn ich, was, wenn ich meinen Job schon nicht dafür ... Warum brennt's jetzt hier? Was macht komische Geräusche? Das war, weil der Kriegernister war, der nicht angeschossen hat. Au, wei ... Auah. Was hast du für ne Waffe? Ich will auch schon. Was hast du jetzt für ne Waffe? Was hast du jetzt für ne Waffe? Wird nicht zu klein. Ähm, das ... das ist ... das ist ... das ist ungefähr die Waffe, die ich dir zeigen wollte, äh, Mathis, beim letzten Mal. Ja. Also die ... diese ... Ja, komm, da passiert doch gar nichts. ... diese Helikopterpistole. Ja, komm, da passiert doch gar nichts. Ja, Achtung. Oh. Es schreit, Achtung, rennt das immer rauf. Weißt du, ich mag das nicht, wenn wir mit NPCs spielen. Die schießen viel zu gut und die klauen mir die ganzen Kills. Da seh ich total schlecht aus neben denen. Ja. Ohohohohohohoh. Das ist so eine großkalibrige Waffe. Das ist so eine großkalibrige Waffe. Das ist so eine großkalibrige Waffe. Da meldet sich auch schon unser ... Kumpader dafür später. Buzzy, Buzzy. Ja, was, 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 was. Das ist so fett. Das reißt den Ding an den Torso weg. Wenn du in den Torso triffst. Weißt du was? Komm, gestern. Geh einfach sterben. Komplett, also komplett weg. Smoker? und nicht scheinbar nicht aber das war auf Autos sie ist ein und das täglich hat schon jemand oder nein 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 das kriegst du mir glaubt keiner wenn sie sich glaubt mehr wenn sie sich die Kälte zurück Spitter. Alter. Der läuft an mir vorbei und duckt sich nicht mal. Stohle. Stohle braucht keiner. Geil. Oh. Oh, der Spitter. Nee, das war ein Smoker. Was war denn das? Alter, wir machten hier die Tür die ganze Zeit zu. Wart es? Nein, das sind die Untoten da, die Zombies. Diese sollten die Tür zu machen. Keine Ahnung, wenn ich die eine aufgemacht habe und die wollten es dann die andere wieder zumachen. Oh. Spitter. Hallo. Heute ist auch echt gutes Teamwork, muss ich sagen. Jeder läuft für sich einfach. Ich will einen Smoker. Ich will einen Smoker und ich weiß aber nicht, wo er ist. Let's go through this park. Mir ist es mir auch gefallen. Äh, in der letzten Aufnahme. Mhm. Ich hatte eine Witch. Äh, in der letzten Aufnahme. Ich sehe sogar eine, glaube ich. Dichter aus. Ja. Äh, war mein Game Sound viel zu leise. Beziehungsweise er war theoretisch laut genug, aber aus irgendeinem Grund klingt er auf meinen Kopfhörern nicht lauter, aber seit einer Aufnahme viel zu lauter. Oh, ich weiß von den Witches. Deswegen habe ich mal meinen Ton jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, das passt jetzt so. Ja, ich sehe sie auch. Oh, ähm. Oh, nee, komm schon. Was? Ich? Alter, was? Da schuckt sie mich weg, die Frau. Äh, Leute, Charter, Charter. Ich arbeite dran. Ich schieße mal in die Mitte rein, ich habe keine Ahnung. Ach, das kann ich habe die Lichter machen. Sehr gut. Ich treffe irgendwie nur die Fallschirmesgefühle. Verdammt. Oh, Molly. Oberraff ist leer. Oberraff ist leer. Hallo, muss die Pillen? Die habe ich mir geklaut. Achso. Ein Oberraff ist leer. So, er macht es. Äh, Jesko, willst du wie Pillen haben? Oh, oh. Irgendwann töte ich neben mir. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, da. Da ist. Ich komme nicht weg. Moker. Alter. Noch ein Schuss. Jetzt nicht mehr. Äh, der Smoker war hier hinter. Hier hinter dem Busch. Ja, ich habe auch gehört nochmal. Ja, ich habe schon drauf geschossen. Ja, ja. Du hast den Trotz in hier erwischt, ne? Ja, ich habe keine Muni mehr. Was haben wir hier? Oh, hier sind Pillen. Hier sind Pillen. Hier sind Pillen. Ganz viele Pillen. Oh, dann schmeiß ich mal. Dann schmeiß ich mal kurz welche rein. Wow, was war das? Da fängt es mal kurz an zu lecken. Weißt du was? Ich schmeiß nochmal welche rein. Auf 100% einfach. Wir haben Defi. Hier sind noch Waffen. Große. Aha, die AK. Oh, Katana. Der hat meine Schwach. Der hat meine Schwach. Der hat meine Schwach. Der hat sie noch. Was hat sie noch? Dass man noch ein paar Pipe-Bombs hinwirft. Hui. Okay. Da kommt ein Charger. Siehst du die Rochelle schon wieder? Jockey. Da ist ein fliegender Stuhl. Fliegender Stuhl. Ich lege den Stuhl. Fliegender Stuhl. Alter. Fliegender Stuhl. Weißt du? Alter. Diese Rochelle. Die kriegt die ganze Special-Infekted, ey. Ey, der fliegende Stuhl stirbt nicht. Der will nicht sterben. Ist der? Ich kann auf den... Oh, oder? Ja. Wollen wir weitergehen? Wo seid ihr überhaupt? Ach, da seid ihr. Ich schieße die Kumpanen des fliegenden Stuhls. Hey, warte. Oh, Spitter. Spitter down. Ah, ah, ah. Ich kann nicht wegspringen. Jetzt. So. Äh, Leute, hier wäre ein Schutzraum. Ich erfolge für den Schutzraum. Ach. Tür zu, wenn alle da sind. Ja, ja, schon. Da ist noch ein Delphi-First, wenn jemand mitnehmen will. Nö, nö. Nö, nö. So. Wollen wir noch kurz uns heilen, oder wollen wir uns erst Tür zu machen? Okay, erst Tür zu. Na gut. Ups. Siehst du, ich schieße die Rochelle ganz oben. Ganz oben. Alter. Und du letzter. Diese Sammelhure, ey. Ja, irgendwann habe ich mit dem Tank ordentlich... Ach, soll ich den Molly heilen, weißt? Ja, der Molly wurde mir in die Fresse geworfen, deswegen muss ich erst mal wegrennen. Da war halt der Tank, da kann ich ja auch nix für. Hä? Aber die Witch... Ich stand halt direkt neben der Witch und hab draufgeballert. Das war ganz gut, ja. Aber die Rochelle, guck mal. Ja, dann dessen war ich. Die, alter, die Rochelle. Halt euch mal. Aber Nahkampfgum. Ja, mach ich aber, man lädt's gerade noch. Weil wir auch beim... Alter, warum ruckt denn das heute so Stark? Warum ruckten wir das heute so Stark? Kann man ja damit jemand erklären, warum? Das ist so gute Frau. Christ. Warum ist sie plötzlich heimblöd geworden? Äh, wo sind denn hier? Was? Willst du mich verarschen? Hat sie keine... Hat sie keine Medipacks? Äh, die sind schon alle weg. Was, die sind schon alle? Ich hatte gar keins von hier. Du seid leider zwei einsam. Ich bin immer noch im Ladebildschirm. Ja, ich hab mich geheilt und eins ist gut gegeben. Hallo? Äh, jetzt gut, du müsstest jetzt eigentlich so sein. War spätgekommen, aber nicht so spät. Ja, danke schön. Spätgekommen. Okay, wir gotta hurry, man. Ich will den Baseballschläger. Baseballschläger. Gib mir die Katana. Du bist ja doch selber. Was? Ich hab mein... Oh. Du. Nee, Katana. Geben. Vergiss das? Ich will die Katana. Gib mir die Katana. Es gibt zwei Sachen, die ich... Oh, Hunter. Irgendwo ist ein Hunter. Ich hab ihn gehört. Glaube ich. Bist du willst eh nicht? Gib mir die Katana. Oder was? Gib mir die Katana. Wow. Gib mir die Katana. Oder was? Okay. Ich bin bereit, die Katana zu... zu... zu geben. Komm, hier. Nimm sie. Aber wo ich... Es gibt genau einen Grund... Äh... Ich bin irgendwie getroffen. Oh Gott. Die Rochelle schon wieder, ey. Ja, die blöde Kuh hat mich in Kipps jetzt mit diesem scheiß Puma. Klein. So. Äh, aber wo ich keinen Kompromiss eingehen werde, das verrate ich jetzt schon, ist... Da ist einfach gerade der Smoker mittel- und ins reingelaufen. Jaja. Da wo ich keinen Kompromiss eingehen werde, ist die Pfannen. Also dort hört doch... Pfannen sind schon geil. Dort hört doch Spaß auf, ja. Es gibt nichts... Alter. Voll die Raucher. Die Raubrollung, ey. Ich hör'n Hunter. Jop. Ich weiß auch nicht wo. Ich seh'n, ich seh'n. Ja, der ist offen. Wir hatten. Eins. Ja, sieh. So. Oh, Pipebombs. Hab' ich schon. Und Bobo Kotz, ey. Sehr gut. Alter, warum hat sie denn hier so viel... Ach. Krass. Ja, die Dings waren vorher in der... in der Truhe drin. Die, äh, Pillen. Also so... Unendlich viele halt. Hallo. Da ist jetzt hier Pipebombs. Äh. Warum? Ah. Warum? Leute. Ernsthaft. Leute? Hört ihr mich noch? Ja, ja, ja. Wo ist... Wo kam der denn her? Wo kam der denn her? Fuck. Oh. Spitter. Spitter. Ah. Ich treffe... Ah. Scheiße. Oh. Nein. Ich bin runtergefallen. Nein. Äh. Ihr müsst mal rauskommen. Ich bin runtergefallen. Und ich muss gucken, wie ich wieder hochkomme. Wahrscheinlich hier. Äh. Hier. Dark Jump? Dark Jump. Gut. Ich bin jetzt übrigens wieder im Spiel, ne? Was ist im Spiel? Alter. Ich bin wieder da im Spiel. Das ist gut. Warst du weg? Ich hab's geschafft. Hätt mal nicht hier runterfallen dürfen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wo geht's denn hier weiter? Ich kann mich einfach nicht bewegen hier. Reloading. Reloading. Da hilft auch kein Dark Jump. Nein. Ich... Hä? Wie kommt der denn hier wieder raus? Vier hoch? Weiß nicht, aber ich bin hier. Okay. Was? Ich hab aber auch das Gefühl, wir müssen da durch. Nein, ich war nicht da unten. Ich hab's geschafft. Im ersten Anlauf. Halt die Klappe. Das ist unglaublich. Warte mal, hier waren wir doch, oder? Ich hab voll die Orientierung verloren. Wo sind wir? Tattoos. 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 Äh, ja, hier waren wir schon. Ja, ja, wir waren hier durch. Alter. Leck. Fuck it. Mit meinem Ping los. Ich höre irgendwelche. Hier unten ist der Safe Room, aus dem wir rausgekommen sind. Ich höre einen Jockey. Oh, der ist bei mir. Leute, ich bin in dem Safe Room, aus dem wir rausgekommen sind. Was war das denn? Voll. Wir sind rückwärts gelaufen. Alter. Okay, ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Halt, könnte mich kurz jemand heilen? Wie wäre es mit dir denn, mein Lieber? Wo bist du denn? Was machst du da hinten? Ich komm zu dir. Heil mich mal. Bitte? Nein. Dankeschön. Oh, ja, danke. Alter. Was ist denn mit dir los? Hast du mir die Komplexe? Mhm. Scheiß sogar, Komplexe, Komplexe. Bitte. Okay, ich glaube, wir müssen hier rüber. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, hier, links. Da, fuck. Alter, ich... Wo... Was? Wo geht's denn hier weiter? Oh, ja, da kommt ein Charter. Da unten ist ein Charter. Ja, lassen wir ruhig da unten sein. Incoming, ne? Ach, wir müssen da runter. Alles cool, wir müssen hier runter. Aber ich bleib hier oben. Hä? Alter, wie viel Spitter hier sind. Okay. Oh, wie geht's in den dunklen Keller? Immer gut. Ja, 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 ja. Ohne Sniper. Weißt du, der Silber da rollst du nicht, wo es weitergeht. Wo, wo, wo? Ja, hier. Danke. Wird auch Zeit. Ach, die Rochelle, die wird schon überleben. Die ist NPC. Hab ihr, glaub ich, den gerade geklaut. Das ist gut, die soll hier richtig so aufspielen. Ich brauche keine Heilung. Danke. Komm mal her. Soll ich dich heilen schon? Wer ist dir wichtig? Ja. Hey, das ist nicht cool. Sehr ehrlich. Und nicht mal da treffe ich. Nicht mal da. Oh, Magnum. Du schwerst dich drüber, dass Rochelle besser trifft als du, aber die Tatsache, dass du halt nicht treffst. Ich wollte gerade sagen, ich treffe halt einfach gar nichts. Das hat mit Rochelle gar nichts zu tun. Die ist gar nicht so gut. Ich bin halt echt nur scheiße. Aber nur scheiße. Alter. Häng hier rum. Das geht so. Ja, 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 ja. Hab sie. Oh. Hilfe. Da kam nur falsch. Ich glaube, hier müssen wir durch. Ja, hier sieht es richtig aus. Alter, was ist denn mit meinem Ping los? 300. Über 300. Was ist los mit dir? Bis defi. Ist das Team im Hintergrund gerade was runter? Ich höre... ...Jockey? ...Jockey? Alter! Oh! Ähm... Nicht geplant. Nicht geplant. Leute, ganz ehrlich. Ähm... Was ist passiert? Komm mit. Wir müssen weiter. Keine gesehen. Ich bin rausgetappt. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist meistens das Einzige, warum du sinnlos in der Gegend rumstehst. Okay. Hier ist noch eine relativ gute Shotgun. Ich dachte, da können wir ihn rausspringen. Also wenn die Shotgun niemand haben würde... Wenn du da gewesen wärst, hättest du gesehen, dass Mattis selber schon... Ähm, nein. Nein. Achso, Mattis hat schon viel. Nein, nein. Hier in dem Raum ist noch eine Shotgun. Das heißt, jemand haben will. Shotgun. 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 Sehe ich was. Ah, ist aber auch noch ein Incoming hier. Äh, schlecht. Okay, aber hier geht's... Hier kann man bestimmt runter. Ja, siehst du, hier kann man runter. Wieso ist mein Ping so hoch? Ich hab keine Ahnung. Toc, toc, toc. Ich hab absolut keine Ahnung, wo wir hin müssen, also... Ich auch nicht, aber hier war uns bitter. Was ist das... Ins bitter hab ich. Gut, warum lauf ich da durch? Weiß nicht. Meins. Huber. Unglaubnis. Äh, Hilfe, Hilfe. Hä, da war ein Bruder. Ich weiß nicht, wo du bist. Tritt euch mal um. Ich seh dich nicht, ich hab grad Huber auf mit mir drauf. Danke, NPC. Witch. Watt, das war ja auch eine Bitch. Ich hab sie gesehen, da lieb sie vorbei. Lass mal draufwerfen. Ah, nee, doch nicht. Alles nicht, ich nehm alles zurück. Die wird unten sein, die ist unten. Problem ist, wir müssen da runter. Ja, ja, ja. Vorsicht, da ist... Ich seh... Willst du mich verarschen? Die steht direkt vorm Ausgang. Äh. Fuck. Soll ich draufschießen? Schieß mal drauf, ne? Warte, warte, warte. Ich hab noch einen Molly hier oben. Oh, ich muss weggehen. Die wird aggressiv. Wir haben einen Molly, okay. Die holt nicht mehr. Ja, ja, aber beeil dich. Nice. Das ist nur irgendwo ein Hunter noch. Die einfachste Witch, die ich je gesehen hab. Ich auch. Aber ich hab... Oh, älter. Wo ist er denn da? Oh, die Rochelle schon wieder. Der mit dem extra langen Arm, der Alice. Unglaublich. 31 Schuss. Eieieieieiei. Äh... Ich glaub, es war gut, dass wir die jetzt gleich angezündet haben, die Witch. Ja. Hat relativ viel Schaden gemacht. Ja, das auch. Hier sind ganz viele Mollys. Die sind auch ein bisschen weggetorkelt. Aber ich bin wirklich ganz sicher. Eine ganze Kiste mit Mollys. Ich bin eh bei den Fallen. Den nehm ich mal mit. Ah, der wollte grad abschießen. Nein, nicht abschießen. Da unten, komm. Äh, wir kommen gleich in die Kanalisation, glaub ich. Ah, Hunter. Da ist ein Housepack. MediPack am Boden. Das hab ich jetzt aufgekommen. Alter, rennt er mir auch nur in den Schuss rein hier. Hey, ich... Ich merk grad nicht mal mehr, wo ich hinlaufe. Ich sag dir, was ich in der Hand halte. Oh, shit. Das ist nicht so gut. Da musst du nach der Folge auf jeden Fall mal kurz gucken. Hier. Ich wär für weiter. Oh. Ich krieg gar nicht mit, wenn du in mir vorbei laufst. Unglaublich. Ich auch nicht. Nein, nein, nein. Werfen, ey. Er springt da erstmal runter. Ich bin runtergefallen. Als ob ich ne Ahnung hab, wo ich gerade hinlaufe. Warte mal. Rochelle ist ins Feuer, gelb. Moment mal, wir haben... Oh, was Dummes. Oh, Mr. Witch. Mr. Witch. Kann man umgehen, glaub ich. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen das mal... ...ne Leiter oder so finden. Hier, bei mir. Oh, steh halt auf, Mädel. Komm, auf geht's. Soll ich es mal anschießen? Aber you go down like that again, let's see it. Ich hab noch Molly. Ja, da ist ne Treppe richtig. Leute, hier, bei mir. Wo denn? Hey, da hab ich vorhin geguckt. Da hab ich hingeguckt, da war nix. Oh. Wait, what? Was ist da eigentlich gezählt? Was ist hier los? Weiß nicht. Das ist ein ganz ehrlich. Weiß nicht. Bloß, weißt... Bloß, weil du keine Erfolge im Spiel hast. Und dann sowas. Sollte gucken, ob mein Ping noch gut ist. Naja, besser auf jeden Fall wieder. Äh. Was ist eigentlich hier drin? Ja, jetzt bin ich gerade nur bei einer 130er. Chucky, Chucky. Charger hinter uns. Okay. Ich will ein Hunter. Au. Wir haben gleich incoming. Hier drüben ist nämlich knapp drücken und dann losrennen. Er ist... Er ist... Oh. Achtung, hinter dir. Ich will was... Größeres. Hässliches. Boomer war unten, aber ist down. Okay. Let's go, bitches. Sollten wir nicht laufen? Äh, wohin? Ich... Ja, guck mal, da ist die... Ja, wir müssen auf die Süd-Wingster, oder? Auf die gegenüberliegende Seite, ich hab's da jetzt schon mal gespielt. Ja, dann... Dann kommen wir einfach nur maßenhaft Zombies und wir müssen auf die andere Seite bringen. Hunter. Oh ja, ich liebe den Ping, ich liebe den Ping. Ich auch. Aber mein, nicht dein. Äh... Halt, halt. Was machst du denn? Alter, ich... Über 600. Was? Nein! Smoker! Ich seh'n nicht. Ich seh'n nicht. Ich seh'n den Smoker nicht. Da hinten ist er. Kann mir mal jemand... Hallo? Den Smoker... Hier, also den Smoker... Weißt du, hier den Smoker... Danke. Ich hab da hin geschossen, wo es grün war, aber es hat nicht geholfen. Wo lauf ich denn hin? Bin ich nötig. Ich bin gleich down, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ich hab schon so lange... Alter, das sind hier viele. So eine schlechte Runde gespielt. Alter. Leckum. Halt dich Meter von... Alter, ich schaue's über die Leiter hochzugehen. ...5 Meter von Wings entfernt. Komm, das haben wir noch. Halt die doch ab. Na jetzt. Guck. Halt die ab. Ich versuch's doch. Bist du... Legst du immer noch da? Ich hab'n 200er Ping. Ich merk' nicht, wo die herkommen. Ihr seht das vor mir. Ist es ja grad sogar bei 300er. Wo ist denn Schutzraum? Da hinten ist Schutzraum. Ja, einfach weiterleicht. Lass mich durch. Okay. Ich hab'n Jockey. Better safe than sorry. So. Okay, Jockey ist unten. Ist aber egal. Oh shit, ähm. Hier rein, hier rein, hier rein. Dann werfen wir mal die vor unsere Tür. Musst' ich! Ich seh' nicht, wo ich langlaufe. Hilfe! Mokar, ich bin tot. Äh. Ben, geht einfach. Geht, geht. Lass mich zurück. Alter, es ist doch unglaublich. Warum lauft ihr, lauft ihr auch ohne Taschenlampe rum? Ich hab'n Taschenlampe an, aber ich lauf' irgendwie nicht. Darf ich mich kurz heilen? Ja, ja. Probier's. Probier's. Mit acht Leben. Ja. War ja klar, irgendwie, oder? Oh, ja. War's noch n' Oh, Hilfe. Got it. Aber gut, dass Shave direkt die Michelle getötet hat. Die war ja auch total löslos. Alter. Find ich auch. Alter, sind das viele. Ach, mach doch, was du willst. Mir doch egal. Alter, Hunter! Hunter, Hunter, Hunter! Ja, Alice, hab' ich schon gesagt, du Held. Wiederholte mich einfach noch mal. Ach, schön. Äh, Tür. Ach so, Schutzraum erst mal. Später. Oh, nein. Really? Äh, hallo? Äh, geht's noch? Äh, ich kann dir gerade nicht helfen. Ich kann mir auch nicht helfen. Guck, 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 guck. Oh nein, ein Schalter. Oder? Das ist nicht dein Ernst, oder? Richtig hoch. Ich war's nicht. Lauf! Geh, 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 geh. Geh, lass mich sterben. Nein, ich hab noch einen Healpack. Alles gut. Es hat keinen Sinn. Oh, gut, dass du mich zurückgelassen hast. Äh, nicht mich selbst heilt. Ja, wollte gerade sagen. Der ist doch noch gut. Whoops. Okay, wo ist der scheinen Schutzraum? Da ist er, da ist er, weißt du, da ist er. Meine Fresse. Oh! Alter! Okay, ich geh jetzt was trinken und dann sollte für das Jahr in der nächsten Runde echt gute Unterstützung haben. Bis dahin. Ciao. Mhm. Tschüss. Die Dose hat noch so im Hintergrund, weißt du. Die Monsterdosis ungefähr. Unglaublich. Ah, man sieht die Schüsse noch. Also können wir Tic-Tac-Tor spielen. Warm. Hörst du auf, die zu töten? Ach so, ist ein bisschen höher. Ach, nix. Wird ich schon? Ich stell mich jetzt hier hin. Du hörst jetzt auf, die zu töten. Alter, was labert der eigentlich die ganze Zeit? Ich stell dir auch keine Ahnung. Alter, die ganze Zeit. Der hat dir das Leben geschehen. Was ist denn los? Bla, 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 bla. Was ist denn los? Irgendwo hat der Chicken gesagt. So, hallo. Okay. Esko versucht noch seinen Ping zu fixen. Ist jetzt wieder halbwegs okay? Hör auf! Hör auf jetzt! Esko, was zur Hölle? Ganz ehrlich, was? Herzbeck. Wie sie mich anwimmert. Gib mir deine fucking... Nein. Geh, Leute, hört auf, die Special-Infekte zu töten. Da schlägt sie nachher alle. Da schlägt sie nachher alles nieder. Alter, dieser Mathe ist hier unglaublich. Wer sind da und töte die ganzen Special-Infekte? Wobei sie Captain hat gerade 400 Euro. Alter. Geh, Leute. Da, fang. Na, was? Alter! Alter! Jetzt langsam reicht es mal. Die ganze Zeit, den klaut er hier, die ist. Da kommt schon wieder ein Special-Infekte, den schieße ich nicht ab. Okay. Dann mache ich das. Da. Oh, dieser Nick. Jetzt habe ausnahmsweise... Nein. Noch mal einpick. Mach die Tür zu. Pfui. Warte, wo haben wir? Nicht mal hier treffe ich. Nicht mal hier treffe ich. Wo ist denn... Alter! Pfff. Ich starte mir das ganze Spiel nach Alphabet zu passieren. Alter, da geht der Nick raus. Alter, geht der Nick einfach raus. So ein Arsch. So ein Arsch. Komm jetzt rein. Nein. Wo ist es, Nick? Wir haben noch nicht angefangen. Ah. Los, haben wir. Alter, nein. Wir haben nur nicht angefangen. Leute, wir haben nur nicht angefangen. Der war so genial. Und Nick macht schon wieder die Tür auf. Ja, lass ihn doch rein. Dieser Nick. Dieser dumme Nick einfach. Er hat die Tür aufgemacht. Er hat die Tür aufgemacht, ja. So ein dummes Dick. Alter. Rickspizzi, Alter. Aus dem Weg. Den will ich. Nein. Wir wollen uns ja einfach drum streiten, wenn diese Kills... Die sowas verlassen. Die sind so schön. Gar keine Darsensdrecke hoch haben, einfach. Hinterkommt so 300 Specials. Das ist nicht die Tür. Und Jesko, der halt die ganze Zeit AFKs ist, ist also 3 oder so. Beide. Sonst kommt der... Sonst macht der Nick über die Tür auf. Oh Gott, jetzt kommen... Kürzen zum Milch. Weiter. Lass ihn einfach mal da rumschippeln. Ich will einfach auf diese Tür ballern. Guck auf den Nick, aus welchem Winkel der ballern kann. Der hat gerade einfach so... Wo ist der Hunter? ...kürzig Gradwinkel geschossen. Der Nick! Der schießt von da hinten durch die Tür durch auf den Boden und tötet den Hunter. Ich glaub's nicht. Der kann um die Ecke schießen, ja lecklich fett. Ich verliebe nur ein Hitcher, oder was? Was hat der für Skills? Ah ne, stimmt der vielleicht. Da. Oh Gott, ein Charter. Oh, da kommt Charter. Äh, diesmal können wir auch. Er rennt. Charter, die Tür. Da kommt aus, der hinten durch die Ecke, er hat geschissen und macht noch ein. Da nehm ich mir halt die Shotgun. Nice. Da kommen halt 100.000 Swashes. Nicht nur normale, das ist krank. Das ist krank, das ist krank. Trotz, äh, das war gar nicht plausibel. Also dieser Nick, ey, jetzt guck ich als ehrlich, wir sind glaub besser, wenn wir Nick dabei lassen und dich rausschmeißen. Ich hab' mal gesehen, ich hab' mal gesehen, dass, was der kann. Boah. Du Ficker. Real-Life-Wall-Hacks. Lass den in Ruhe, lass den in Ruhe, der will doch nur spielen. Leute, warum bin ich, warum bin ich auf 3,5-Schleben runter? Achso. Ähm. Hey Leute, dazu kommt es wirklich mal kurz ins Eck und Karte. Schreif mal keine Special Infected an, bis auf den Charger, dann will ich. Hahahaha. 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 Hahahaha.